Musik Diamond Jetzt pass auf, jetzt hab ich vier zur Verfügung Vier Okay Ich hab vier zur Verfügung Das heißt, ich nehm nicht das Sondern ich nehm das Weil das steigert um 50% Okay, dann nehm ich Redstone als zweites Das will ich auch gern Boah, Scheiße Zwei, drei Und was ist das vierte? Das Autosmert oder Was ist ein Autosmert? Autosmert Smertblocks Okay, wie gehen die zwei Sachen? Okay, alles klar Ich brauch dafür Kohle Hab ich schon wieder vergessen Wie immer die Scheiße hier graft Kohle, Gunpoint, Blaze Das Ding ist da Alles klar Ich krieg, glaub, zwei raus, gell? Ja Gunpowder Okay, jetzt pass auf Machen wir mal Gunpowder Wie soll ich das? Gunpowder Das da Und 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 Ach, Kohle, genau So Haben wir sechs Dann brauch ich vier von Dem Scheiß mal Du Kapistone, Alter So, vier von dem Kohle kann ich ja nicht zurück Was ist das Kapistone? Warte, lass mich kurz überlegen So Vier von Und dann brauch ich noch ein Lava-Packet Äh Sonstiges, glaub ich So Ähm Angeordnet war's, glaub ich, so Okay, einen Und das andere war das hier So Dann nehm ich ins Maragd Und Redstone Alles klar Gut Da ist sie Dann pack ich mal als erstes den Emerald Gut Durability Hoch Dann das da Auto Repair Das da Auto Smart Und jetzt das da 18 27 36 45 45 46 40 40 40 40 49 50 50 Okay, geht nicht mehr Alles klar Alles klar So, soll ich die jetzt mal ausprobieren oder Ist es die jetzt die totale OP-Spielzeige? Kann ich die jetzt ausprobieren? Ach, da unten Kann ich die jetzt ausprobieren? Ach, da unten Okay, jetzt bin ich gespannt 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 Was? Geh den Ups Stone Scheiße, jetzt hab ich's zu Stone gemacht Oh shit Scheiße, da hab ich auch Silic-Touch drauf Fuck ey Scheiße Warte mal Ja Das macht das direkt zu Das macht's zu Marble Was macht's dann das? Das macht's zu Erde Hä? Okay Okay Okay, die Spielzeige, die sieht erstmal geil aus Und zweinsmal sieht sie geil aus Und zweinsmal hat die unglaublich viel Leben Also, du musst immer da rein Sooo, dann mach ich noch schnell Nehme ich das da mit Und Setz da mal kurz zwei Gold rein Denn Kann ich das auch? Oh no Nein, das will die nehm ich gar nicht Ähm Das geht auch, das hab ich jetzt herausgefunden Dank dem lieben Paddy Ähm Dass das geht Ähm Aber was wollte ich jetzt eigentlich mit denen machen? Weiß ich schon gar nicht mehr So Ist es flüssig? Ja Gut Machen wir hier noch die dritte Dings hin So So, haben wir hier die drei Und falls ich jetzt hier irgendwas gießen möchte Und zum Beispiel das hier machen Einen Block Und kann ich das machen Nein, hör auf Ich lass das jetzt einfach so Und ich tue jetzt einfach das da rein Und dann warte ich mich, dass es vorbei ist Und dann tue ich das doch ein Ah ja, genau so mach ich das jetzt So, der hat jetzt noch irgendeine geile Kiste Okay Chest Zwar das da Patton Chest Lock Chest Nein, das will die nicht Das hat er noch gehabt Das ist immer ja aus dem Okay, das ist ja ganz einfach Aus einer Kiste Und einem Patton Und einem Patton Ja Jetzt tue ich mal hier den ganzen Kladderadatsch rein Das Schwert kommt noch weg So, die Kiste So, die Kiste Falsch rum Alles klöschen Dann pack ich stimm mal da hin So Und da tue ich mal alles wichtiger Hallo Hallo So Was kommt Was kann ich in den Patton Chest Bitte rein Reforce iron Jetzt weiß ich auch nicht warum ich die gemacht habe So Bin ich gespannt, reicht das Fünf Vier Drei 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 Ein Ist noch ein Ding drin, klar Block of Kobalt Geil Und dann kommt das da hin Ja Äh Kann ich eigentlich das da auch rein? Und Tata? Warte Tata? Äh Kann ich da Diamanten rein? Nö Kann ich da Marble rein? Und dann Ich kann nicht nur was ich da alles rein kann Ich kann nicht nur was ich da alles rein kann Tata? Tata? Ich kann nicht nur was ich da auch an die